60 Sekunden. Ich schaue auf die Uhr und zähle. 60 Sekunden. 10 Sekunden. Ein Mann rennt schreiend mit brennendem Kopf nach links. 20 Sekunden. Eine Frau läuft im Kreis und reißt ihre Finger von der Hand ab. Sie lächelt dabei. 30 Sekunden. Zwei Kinder stehen reglos da. Blut läuft aus ihren Augen. 40 Sekunden. Hände kommen aus dem Boden heraus und greifen nach den Menschen. 50 Sekunden. Ein Mann läuft nackt mit einer Schere bewaffnet wahnsinnig ein Mädchen hinterher. 60 Sekunden. Schreie. Ununterbrochener, qualvolle Schreie. Ich höre auf zu zählen. Das waren ganz normale 60 Sekunden. Eine Minute Zeit in der Hölle. Ich als Teufel erlebe das seit Beginn der Zeit. 50 Sekunden. 50 Sekunden. 50 Sekunden. 50 Sekunden. 50 Sekunden. Vielen Dank.